Es gab eine Diskussion, eine völlig heiße Diskussion, ob wir in Musik für fremde Länder komponieren lassen sollten. Lieste sich dort vielleicht Gänzen verkaufen? Einige sehr schöne Beispiele. Zum Beispiel die italienische Sonate hatten wir damals im Singen. Eine sehr herzige Melodie. Ja, die Italiener hätten am Ende das gemacht. Die russische Sonnate Oh, man, took in the beginning. Ja, die Italiener hätten das gemacht. Nein, diese Sonaten ließen wir unveröffentlicht.